Musik Der Bibliothekskurier ist eine Einrichtung der Bürgerstiftung Darbstadt in Kooperation mit der Stadtbibliothek. Der Service richtet sich an ältere und körperlich eingeschränkte Personen. Kunden, die sich dazu angemeldet haben, können telefonisch Medien bestellen. Mitarbeiter der Stadtbibliothek stellen dann die Medien zusammen, werden dann in eine Kiste verpackt. Musik Geliefert werden Ihnen die Medien durch Mitarbeiter des Ehrenamtes für Darbstadt. Dafür wird Ihnen durch die Firma Book & Drive Carsharing ein Mietwagen zur Verfügung gestellt. Der Bibliothekskurier bringt dann die bestellten Videos, Bücher, CDs, Hörbücher, Seitschriften zu Ihnen nach Hause. Musik Der Service ist komplett kostenlos. Man benötigt nur einen gültigen Bibliotheksausweis. Musik Je nach Vereinbarung werden die ausgeliehenen Medien nach 14 oder 28 Tagen wieder abgeholt. Musik Wer Interesse hat, kann sich telefonisch unter dieser Nummer bei der Stadtbibliothek melden. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020